Matthias hat vom Herrn Direktor zum 30. Geburtstag eine Flasche Sekt verkauft und die werden wir jetzt schön kopfeln. Die machen wir jetzt auf. Die Sonne lacht über Madeira oder über uns. Also das ist jetzt Sektflasche Nummer 3. Heute Nacht um 12 haben wir die erste gekriegt. Zum Frühstück Nummer 2 und das ist jetzt hier zum Mittagessen Nummer 3. Matthias, wie viele Kalorien hat eine Flasche? Keine Ahnung. Leute, 30 Sektflaschen werde ich nicht schaffen heute. Weil sonst hätte es mir, glaube ich, einen Verraten geben. Aber es hat geschossen. Ich hoffe, ich habe niemanden abgeschossen. Moment. Ja, hallo. Jetzt kommt unser zweites Badetuch, das heute verschollen ist. Aber das heißt ja hier in Madeira, heißt es ja nicht Sekt, die sagen ja nur Kara. Hört sich ja blöd an, oder? Kara. Und Matthias, wir stoßen jetzt mal schön auf. Wir stoßen schön auf. Das hast du jetzt schon gesagt. Auf uns. Tschüss. Auf 23. Prost. Dass die Flasche leer werde. Dass die Flasche leer werde. Ich habe es gar nicht. Ich habe es viel zu tun. Ich habe es sehr sch�gen. Weeben. Ich habe es sehr, sehr gut. Ich habe es sehr.